Guten Morgen! Ich grüße euch! Heute geht es wieder mal auswärts zu einer Wand. Ich werde eine sehr große Stützmauer besprühen. Das besondere an dem Auftrag ist, dass die Hauptthematik ein Hund ist. Ihr wisst, ich liebe natürlich Hunde oder sie sind cool. Es wird vermutlich ein bisschen tricky werden, aber ich bin schon gespannt, wie das Endresultat werden wird bzw. wie es mir dabei gehen wird bzw. was ist eigentlich schwierig an Hunden. Ich finde, dass Fell auch aussieht wie Fell, ist schwierig zu sprühen, ist aber auf jeden Fall möglich und wird eine coole Sache. Ich packe jetzt mal zusammen, hol die Farben und wir fahren los! So, der Spaß des größten Teils abgeklebt. Jetzt geht's mit dem Mal los! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your ground. I'll fight for what I love with every breath. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. So Freunde, für heute bin ich fertig. Ich bin gut vorangekommen. Hab wirklich heute den Großteil fertig machen können. Morgen der zweite Tag, wo ich dann alles finalisieren werde. Jetzt wird aber erstmal gerastet und wieder neue Farben aufgefüllt etc. Und für morgen alles vorbereitet. Wir sehen uns. Und ich bin wieder da. Tag Nummer 2. Los geht's. Und ich bin wieder da. Tag Nummer 2. Los geht's. Leider hat es den letzten Teil vom Werk nicht aufgenommen, ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen. Bevor ich euch das Endresultat zeige, abonniert bitte meinen Kanal, damit ich wachsen kann. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und kommentiert. Hier ist das Endresultat. 3. 1. 2. 3. 5. 6.